Die Wollankrappen, die ziehen meistens ganz gleichmäßig langsam. Man sieht richtig so das Wandertempo oder Wollankrappe und der Aal zuckt, meistens fängt er an mit so leichter Bewegung und dann langsam zieht er ab und irgendwann nimmt er Tempo auf. So würde ich mal sagen, gestalten sich so 80% der Aalbisse. Das sah jetzt eben aus wie ein Aalbiss, ich hoffe, dass ich mich nicht getäuscht habe. Jetzt nimmt er wieder Tempo auf, aber das ist jetzt so grenzwertig, das könnte auch eine Wollankrappe sein. Der zweite Aal, der ist ein Tick größer, aber ich hoffe, dass wir noch größere kriegen, dass die Räuchertonne sich so richtig freuen, aber ich freue mich schon mal. Es ist dann immer ganz dunkel und wir haben jetzt schon zwei Aale und haben auch eine gute Bissausbeute, das ist auch genau genommen der zweite Biss. Einmal öffnen, den Aalen mit dem Schwanz quasi dahin führen. Na komm schon. So, Deckel gleich drauf, Aushaken, rein und gut. Mit den Aalen beschäftige ich mich gar nicht, meistens sind die Haken schwer zu lösen. Das hat man eben, glaube ich, ganz gut erkennen können, dass ich die am Eimer einfach mit Vorfach ausklinke, meine vorbereiteten Vorfächer an mir nehmen. Neuer Wurm drauf und ich kann weiter angeln. Also ich mache das dann heute Abend, wenn ich zu Hause bin oder heute Nacht und dann setze ich mich mit dem Aal noch mal auf den anderen und kann den Haken in aller Ruhe lösen. Das kostet nur Zeit. Die Beißphase der Aale ist oft nur kurz, eineinhalb Stunden hier im kleinen Fluss und da will ich möglichst wenig Zeit liegen lassen. Wenn nur der Wurm im Wasser fängt, Aale. So, wieder mein halber Wurm. Jan höre ich gerade auch schon wieder ein Biss, also die scheinen jetzt so wirklich nicht loszulegen. Und wie ich schon sagte, die Beißphase ist meistens eineinhalb Stunden und dann ist es Fini. Dann kann man einpacken oder wenn man Lust hat, am nächsten Morgen gibt es auch noch mal eine Beißphase, aber die schenke ich mir meistens. Fertig ist das nächste Bündel. Wieder meine Mischung aus halbem Tauwurm, zwei, drei Mistwürmer. Das ist lebendig, das ist echt eine Geruchsorgie da unten. Das lockt auch den sattesten Aal noch auf seinem Loch. Zack. Also die will man mögends nicht. Ja, Jan hat eben seinen Wurm, den Wurm mit einer Spezialtunke, einen Aallokstoff besprüht. Das machen wir immer. Das ist so ein kleiner Wettbewerb. Ich halte davon nicht so viel persönlich. Letztes Mal stand es, glaube ich, 2 zu 1 für den nicht besprühten Wurm. Hattest du deinen ersten Aal mit einem besprühten? Ja. Okay, heute steht 1 zu 1 besprühter gegen unbesprühten. Mal sehen, wie es ausgeht. Viele glauben dran, ich weniger. Ich denke, dass ein natürlicher Lockshop reicht. Lieber einmal häufiger den Aal, äh Quatsch, den Wurm wechseln und dann weiß der Aal schon Bescheid, was richtig gut schmeckt. Der dritte. Heute Abend. Jan hat aber auch schon drei verloren wieder. Also wir hätten jetzt schon sechs haben können. Das läuft eigentlich ganz gut. Oh, die kleinen Aal, das ist echt. Ja, wie man eben an meiner uralt Teleskoproute schon erahnen kann, spielen die Routen beim Aalangeln, zumindest in so kleinen Gewässern, eher eine untergeordnete Rolle. Das heißt, wir drillen, wie ich ja schon anfangs sagte, drillen überhaupt nicht. Wir hebeln den Fisch eigentlich nur raus. Und dafür braucht man eigentlich nur eine stabile, einfache Routen, Wurfgewicht, 80 Gramm etwa. Und ja, Teleskop oder Steckroute ist jetzt in diesem Fall eigentlich auch freie Wahl. Ich habe hier Teleskoprouten. Die habe ich seit Jahren quasi immer fertig gepackt bei mir im Schuppen. Und ein paar Mal im Jahr kommen die raus zum Aalangeln. Das hat sich eigentlich... Ich habe nie was anderes gebraucht. Ich habe eh keine Würmer mehr. Aber wie gesagt, das ist jetzt... Schüttel ihn aus, bitte. Ich habe da jetzt keinen Bock drauf, eine halbe Stunde zu knoten. Ja, musst du wohl. Ja, toll. Abmoderation läuft. Ich gebe Jan mal den Aal, bitteschön. Wo ist mein... Da ist mein Lappen. Oh nein, das hat sich auf die Pose gegriffen. Ja, so das ist irgendwie... Das heißt, es kommt richtig Spaß vom Aalangeln auf. Diese kleinen Aale, die machen immer Chaos. Naja, wir haben jetzt vier Aale. Wir haben ein paar Aale noch oder womögliche Aale nicht bekommen. Wir haben jetzt eine halbe Stunde keinen Biss gehabt, außer gerade den. Und hören jetzt auf. Weil es ist spät. Morgen müssen wir arbeiten. Das reicht. Aber man sieht, dass man in so kleinen Flüssen eigentlich eine schöne Angelei erleben kann. Ich mag das total gerne. Ich brauche das einfach vier, fünf, sechs Mal im Jahr auf Aal zu angeln. Bis man so einen Räuchergang voll hat. Und dann gibt es ein kleines Fest. Und ja, dann schlägt das Herz, das Gummis auch ein bisschen höher. Und Aal geräuchert. Selbst gefangen. Das ist was Wunderschönes. In dem Sinne. Gute Nacht. Wie viel.